Einen wunderschönen guten Tag. Servus Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir waren in der letzten Folge im Spukhaus und haben den Geist entdeckt. So, und jetzt haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5 Gegner, die wir ausknipsen müssen. Die wir hoffentlich, so, der wird gefährlich. Die wir hoffentlich auch zügig ausgeknipst kriegen. Und jetzt mal den starken wegballern. Okay, der ist auf jeden Fall schon mal ungenau. Komm, probieren geht über studieren. War klar. Oh, shit. Ob das so eine gute Idee war? Da habe ich jetzt völlig geschlafen. Oh, noch welche. Alter, einfach wie viel. 1, 2, 1, 2, 3, oh mein Gott. Voll am Arsch, Leute. Wir sind sowas von am Arsch. Hallo? Kommst du klar in deiner Welt? Ich wusste es. Fuck. Scheiße. Alter, nein. Danke schön. Das war almost as good as I would have done. This will be fine. Wow, wow. I am doing quite a lot of bleeding. And I think I can do this. Alter, du schießt direkt davor. Ready. Ready to shoot. Und er hält es einfach aus. Scheiße. Okay. Ich glaube, das wird nichts, Leute. Ich bin ein Bist. Jetzt sterben. Jetzt erzähl ich doch. Alter, wie soll ich das schaffen? Das sind zu viele. Das sind viel zu viele, Leute. Das wird nie was. Das sind drei, vier, fünf. Ich könnte versuchen... Die brennen schon mal. Jetzt habe ich aber keine Aktionspunkte mehr. Oh. Ich bin immer noch stark. Ich habe auch nicht so eine hohe... Ja, okay. Schütte. Okay, einer ist erst mal weg. Fick dich einfach mal weg. Fick dich einfach mal weg. Looks like I'll die hier. Fingers. I don't like you. Vollstrecker. Schlitzer. Kommt, einen von beiden fustest du jetzt aber gleich weg. Oh, fuck. Muss repariert werden. Critt. Der lebt immer noch, der Wichser. So will ich das sehen. Jetzt müsstest du dich eigentlich noch verpissen können, aber... So, das war ja nichts. Fack, du frage ich jetzt gleich. Wir sind ein Mann. Es ist personal, jetzt. oh mein gott ich darf den hinteren nicht vergessen der dahinter im haus steht noch einer weiter wie viele sind denn hier scheiße 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 ist er tot? alles klar ist sie tot? ja leck mich am Arsch ich glaube ich lade das nochmal ich glaube ich muss mir noch einen holen tut mir leid leute aber das sind zu viele ich check es nicht das sind mir einfach zu viele warte mal rosa frage ich jetzt hole ich mir einen veteranen ein schützen wäre noch ganz cool hier guck mal er hmmm allrounder ich glaube ich hole mir grunty nochmal kiech präzisionsschütze ich glaube ich wollen wir holen und fucken den mal an hallo das ist grunty helmet grunter shall we discuss employment? ivan ist mein mentor he taught me how to kill with gr- so jetzt haben wir wenigstens noch ein dahin bitte fleck hill war wo war denn fleck hill? hä? hey haben wir den nicht eingenommen? mit lieb mit lieb ah da ach so die werden geheilt alles klar ja wenigstens ein bisschen erwartet neue orders wir können das eigentlich mal äh gegenstände reparieren boom boom let's go er muss ja auch noch hier ja das ist gut ich muss nur meine vitamin bekommen und ich werde noch besser werden noch besser ich bin mit meiner Aufgabe ich bin mit meiner Aufgabe ich werde jetzt meine 15 minuten Pause nehmen ich könnte eigentlich mit ne komm so wann erscheint der denn da? mach ich ne Fresse der ist aber ganz schön langsam der Kollege ne? der ist schon echt langsam aber jetzt gehts schneller hier zack 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 was ist denn das? ein Krankenhaus ja weiter komm Attacker bumm wie schließe ich euch denn zusammen jetzt? vier ok jetzt ist er wieder da hä wie schließe ich die denn zusammen? vier 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 Charlie wählen Ét wunden geheilt maximum d notation ah ja stimmt genau so war das drei vier fünf sechs stück ok was ist das? ich pentie achso Erholung Taktik an sich, das war das. Ghost. Ja! Was hat er denn für eine Waffe überhaupt? Er hat eine scheiß Pistole. Warte mal, der kann doch eigentlich... Hier hinten war doch irgendwo eine Knarre. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Hier war doch irgendwo eine Knarre. Du kannst die doch eigentlich nehmen. Das haben wir auch noch nicht ausprobiert, Leute. Waffen können mit Hilfe verschiedener Mods nach deinen Wünschen angepasst werden. Waffenmods erfordern immer Teile, die du durch das Verwerten nutzlose Ausrüstung erhalten kannst. Frottschüttliche Mods erfordern häufig seltene Komponenten, wie Mikrochips oder optische Linsen. Waffenmods werden immer von Sörtern mit der höchsten Mechaniker-Wert vorgenommen. Schlägt eine Mod fehl, kann die Waffe beschädigt und ihr Zustand verschlechtert werden. Im Gegensatz dazu erhältst du durch einen kritischen Erfolg einen Teil der benutzten Ressourcen zurück. Äh, ja, wollen wir noch mal. Alles klar. Okay. Ah, das ist ja mega geil. Benötigt Stahlrohr. Das kann ich jetzt einfach so, ich brauche gar keine... Ah, warte mal, das ist cool. Das ist voll geil. Oh. Ja, das kennen wir schon. Ah, er ist da. Wie sieht das eigentlich bei dir aus? Mit Nachladen? Ah, guck mal. Dann würde ich tatsächlich den mal probieren. Modifizieren. Wie viel Schrott haben wir denn überhaupt? Teile 415. Unterlauf, Seite, Zielfernrohr. Keine Änderung. Bauteile 415. Ah, weil ich eine Linse glaube ich habe, ne? Wenn deine erste Aktion ein Angriff ist, zählt sie, als wäre sie dreimal... Okay. Probieren wir mal. Ist das wahrscheinlich Taschenlampe oder sowas? Roter Punkt, taktisches Gerät. Leicht erhöhte Chance auf heimliches Töten für jede Zielstufe. Äh, lässt Feind und den Träger aufleuchten. Fügt markiert oder äh, äh, bei drei oder mehr Zielen schrieben. Das Feind und den Träger... Ja, das ist Taschenlampe, roter Punkt. Natürlich übelst teuer. 340. Würde ich das von Grunty nochmal modifizieren, tatsächlich. Leichterkolm, die maximale Anzahl an Eingriffen während der Überwachung wurde um 1 erhöht. Genauerhin sind sie in 1,5-4. Äh, okay. Probieren wir das mal. Zielfernrohr. Das hat ja jetzt auch nicht, äh, Reichweite 24. Thermalzielfernrohr, keine Genauigkeitsabzüge wegen, äh, läßt Feinde bei drei oder mehr Zielstufen aufleuchten. Ich mach das jetzt einfach mal. Alter, so ein fettes Ding da drauf? Ist das gut? Nee, ne? Ich glaube, das macht mehr Sinn hier, ne? Das hat ja jetzt auch nicht so eine krasse Reichweite. Komm, hier. Komm. Man benötigt Stahlrohr, Unterlauf. Alter, wie viel man hier machen kann, das ist heftig. Das ist Schalldämpfer wahrscheinlich. Kompensator, Mittlerer, Genauigkeitsbonus für folgende Angriffe auf dasselbe Ziel. Improvisierter Schalldämpfer, lautlos Angriffe. Mittlerer Quitscher. Äh, äh, Stahlrohr. Salve, lange Salve und Vollautomatik feuern mehr Schüsse ab. Okay, ähm, komm, das probieren wir auch noch mal. Was hat der Ding in, da hat er schon zwei Beine. Warte, können wir den Standard. Okay, das ist das. Kompensator. Die Seite. Magazin. Standard Magazin. Vergrößertes Magazin. Erhöhlte AP-Kosten beim Nachladen. Größeres Magazin. Verringerte AP-Kosten beim Nachladen. So, das ist ganz gut, ne? Okay, scheiße. Fünffach Scharfschützen-Zielfernenrohr. Okay, da fehlt mir jetzt ein Chip. Prismen-Zielfernenrohr. Höhle Kritschern für Angehörungen. Wachung wird um eins erhöht. Machen wir mal. Jetzt haben wir noch 200. Okay, nicht schlecht. Sollen wir Steroid seinen Dingen auch mal gucken, was wir da so machen können? Okay, da können wir nicht viel nach dem Wasser so nehmen. Okay. Okay, Freunde. Warte mal, wir haben ja, fällt mir gerade auf, wir haben ja Nacht, glaube ich, ne? Kann man das hier nochmal irgendwo nachgucken? We're getting for orders. Ich probiere das jetzt mal aus, Leute. Wir haben ja, ich glaube, Nacht, ich weiß zwar nicht, wo man das in der Nacht gucken kann. Du kriegst eins und ich krieg eins. Und MD kriegt eins. Jo, machen wir so. Dann würde ich sagen, wir speichern nochmal ab. Und dann würde ich sagen, gehst du da in. Wir bereiten uns jetzt ein bisschen vor, wir cheaten. Oh, kannst du hier hoch? Das wär auch nice. Sure. Ja. Oder geh du mal da hin. Ein bisschen flankieren. Fliegel hier. So, Boss. Ich gehe. Yes. Wo ist er? Michael hier. Oh, Junge. Statt. Ähm, affirmative. Oh, Blindgänger. Okay. Schwein gehabt. Hahaha. Perfekt. Gut. Dann würde ich nochmal speichern. Aber ich dachte, der wäre jetzt oben. So. Und jetzt machen wir das ganze Gequatsche nochmal. Das überspringe ich. Das haben wir ja schon in der letzten Folge gehört. Wir sind hier. Es gibt ein Sektor und alles. Okay. Oh, scheiße. Jetzt sind alle da. Scheiße. Oh, oh. Okay. Blablabla. Also wer das sehen will, am besten einfach mal in der letzten Folge nachgucken. Da habe ich mir das alles schon angehört. Ähm. Wir haben die Eindringer erlebt. Oh. Ich hoffe, wir kriegen das jetzt hin. Oh mein Gott. Leute. Oh mein Gott. Kann ich die nicht woanders rauslassen? Geht nur hier, ne? Scheiße. Oh mein Gott. So das ist der famous Ghost of the Mansiard? Just a silly old man. Leute, wir sind sowas von ge... Ikt! Hoho! Fitt dich! Du mieser kleiner... ...Aschloch! Steroid? Nein! Ja, da sind auch noch welche, super! Das ist kein Problem! So, wir schießen gerne in den Unterleib. Niedrigere Trefferchance und höherer Schaden verursacht den Effekt. Unterdrück. Probieren wir mal. Schade, ich dachte, ich griff beide dann. Ready. Ready, um... Mach's! MD... Bumm... ... 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 Oh, Scheiße! ... 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 die schießen auch immer daneben ne neun schaden ja sowas nicht sehen jetzt krieg ich hier voll leck mich am arsch und er schießt auch noch daneben was ne kack runde er ist in panik wie kann der davor stehen nur 13 schaden machen ich schicke ich dich ja just hold still damn you we should all be flexing our muscle i think i can you know get them schwer verletzt komm du siehst so aus als wenn du jetzt den abgang machst ich weiß dass ich es verkackt habe es wird nämlich jetzt sterben ach leute guck mal wie viel schaden die machen oder ich muss hier später hin ich weiß es noch nicht weil da kommt noch einer von der seite ich glaube das war es wir haben drei läubige Leute sind schon raus, Leute. Wir haben gerade mal einen von denen gekillt. Leute, ich würde sagen, wir warten erst mal dieses Gebiet ab und versuchen es im Süden noch mal ein bisschen. Keine Ahnung, ob es da leichter ist. Müssen wir ausprobieren. Auf jeden Fall, hier sehe ich aktuell mit der jetzigen Truppe wenig Chance. Ich würde einfach mal sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis dennne. Tschö mit Ö. 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 Vielen Dank.